Guten Morgen, guten Morgen, ein Wiener Kaffee, ein Mö-Mix-Kaffee. Ja, dann trinkt man gerne, ja, sowas Gutes in der Früh auch, ja. Trinkst du einen Wiener Eiskaffee, dann tut das Herz dir gar nicht weh. Und jedes Mal alt trinkst du, ja, Eiskaffee vom Mö-Max, ja. Aber jetzt, aber jetzt hat er sich nicht impfen lassen, ja. Und was ist jetzt passiert? Er stand doch auf und wirklich, ja. Sieht den Kaffee am Tisch, ja, kann sich nicht mehr erinnern, ja. Longcobik hat ihn mitgebracht, doch, ja. Longcobik hat er alles vergessen, ja. Jetzt weiß er gar nicht mehr, was er früher getrunken hat, doch, ja. Ja, der Wiener Eiskaffee von dem, ja, hat er ganz vergessen, ja. Ja, er isst doch wirklich, ja. Hat er alles vergessen, ja. Jetzt sitzt er am Tisch und weiß nicht mehr, was er früher alles gegessen hat, doch, ja. Ja, denn der Eiskaffee, dann tat er sicher nicht weh. Aber Longcobik, ja, hat ihn alles genommen, ja. Jetzt sitzt er am Tisch und weiß nicht mehr, ob er essen sollt oder nicht auch sehr. Er sitzt er am Tisch und denkt sich nicht mehr dabei. Longcobik, Longcobik hat ihn alles gelöscht, doch, ja. Jetzt muss man ihn noch füttern, ja. Und der Kaffee mit Löffeln rennt, machen, ja. Dass er überhaupt was trinkt, doch, ja. Er trinkt doch gar nichts mehr, essen tut er auch nichts mehr. Hat alles, ja, vergessen, ja. Jetzt muss man alles anfangen, dass er das vielleicht wieder erlernen kann. Du dich lieber empfeln, ja, sonst hast du Longcobik, ja. Wenn du Longcobik hast, doch, ja. Kann sein, dass du alles vergisst, doch, ja. Vielleicht sogar deine alte, ja. Oder sonst was. Oder weiter, ja. Darum sag ich dir, lass dich empfen. Sonst hast du schon verloren. Sonst hast du schon verloren. Alles. Dein Gehirn, wenn der Gehirn nicht mehr funktioniert, dann funktioniert gar nichts mehr. Auch nicht das Schwänzchen mehr.